Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013, das letzte Rennen in Brasiliens geht an. Und da haben wir so viele Themen, oder beziehungsweise wir haben so viele Themen durch das Japan-Wochenende. Jetzt in der realen Formel 1, das am Wochenende war, mit diesem schweren Crash von Jules Bianchi. Und meine Genesungswünsche gehen dann mit diesem Video an. Jules Bianchi, ich hoffe, dass der wieder auf die Beine kommt. Aber weiteres dann, würde ich sagen, im trockenen Abschlussrennen. Viele haben sich gewünscht, dass ich jetzt auf manuell fahren und das allerletzte Rennen. Aber da wir so viele Themen zu besprechen haben, das ist unglaublich. Wir können über Japan Quatsch das ganze Rennen. Wir können über so vieles reden und das passt einfach. Deswegen bleibe ich bei Automatik, weil sonst habe ich das Gefühl, hier verkacke ich noch die Hälfte. Also aber erstmal komplett trocken, überall, Training, Qualifying und Rennen. Und die Themen im Rennen, die sind genug, um eigentlich die eineinhalb Stunden zu füllen. Die 71 Runden, die wir hier in Brasilien fahren. Das letzte Mal, da habe ich F1 2013 Socken. Nach fünf Saisons, mal wieder, nach zwei Koop-Saisons und auch nach vielen anderen Sachen machen wir nochmal ein letztes Ziel mit Forschung und Entwicklung. Auch wenn es jetzt natürlich nicht mehr ganz so viel bringt. Wir fahren hier nochmal mit Medium und der ältesten Mischung auf diese Strecke. Auch wenn die Reifenbelastung eigentlich nicht so hoch ist. Ich nehme über das Trockensetup hier. Und was haben wir denn, wäre ein schönes Ziel. Wir haben ein Ziel. Unterbiete wären drei Runden, die vorgegeben sind, ohne DRS zu nutzen. Verwende nur das fette Benzin-Gemisch. Dies hat insgesamt 1,181. Erhöht den Abtrieb insgesamt um 10%. Das ist das Ziel. Vorneweg würde ich sagen, das Thema-Internet-Duell, das sieht eindeutig aus. Sutil, der auch im Crash-Unfall verwickelt war, hat die Szene von Juspernke gesehen. Und war da regelrecht schockiert, wäre ich aber auch. So. Wir bereiten uns jetzt aber erstmal das Qualifying vor. Ein letztes Mal in Brasilien. Und das Ganze noch einmal. Und ich bin dieses Auto jetzt erstmal nicht mehr gewohnt. Ich meine, dieses leichte Lenkrad nicht mehr aus mit Autosport. Das ist ja Formel 1-3000. Ich habe mir nicht alle erforderlichen Daten erhalten. Guten Tag. Ich habe eine gute Zeit für weitere Tests in dieser Session. Ja, gut. Ohne das DRS zu nutzen, hat er gesagt, ne? Ja, da war was, da war was. Ohne DRS zu nutzen. Dann machen wir das später noch in den Test. Machen wir einen längeren Trainingspartner hier raus. Können wir aber auf Standard fahren. Dann machen wir den Test halt auch weich nachher. Hier haben wir noch einen frischen Reifensatz mit weich, dann machen wir den nachher. Ja. F1 2014 kommt ja schon nächste Woche. Die ersten Gameplay-Videos habe ich mir auch angeguckt. Das wird auch ein großes Thema sein in F1 2000. Und 13 im Rennen jetzt meine ich natürlich. Und darüber hinaus. Die Diskussion, hat die F1 ja richtig gehandelt beim großen Preis von Japan oder nicht? Oder hätte man das besser lösen können? Vorne weg gebe ich schon bekannt, diese Anzeige, die ich jetzt hier rechts aufgemacht habe. Die wird in F1 2014 eine sehr, sehr große Rolle spielen. Die Reifentemperaturen. Die haben wir hier noch nicht so eine große Wichtigkeit bekommen. Die bekommen sie aber. Und wir fahren erstmal in 1. 13.0. Oh, mein Lenkrad ist schon richtig kalibriert. Ich habe hier so ein paar Befürchtungen. So, das Xenna S hier runter und raus beschleunigen. 13.0. Meine beste Zeit war mal hier in der 10.5. Haben wir am 12. verbessert. Und der Fahrweg-Apfel-Freund hat sich mal komplett umgeändert. Bild-Autosport kommt jetzt dann auch, wenn Formel 1 2014 gestartet ist. Also keine Sorge, keine Sorge. Das Projekt kommt ja bei euch genauso gut an. Auch wenn die Aufrufzahlen auch nur denen von DTM Experience entsprechen. Das reicht aber. Oh, das reicht mir persönlich. Aber ich habe es auch erst in drei Fahrzeuge geladen. Und ich habe noch keinen nicht weiter aufgenommen. Das muss ich dann eigentlich auch noch machen. Ich nehme das Ganze hier nachts auf. Dienstagmorgen um kurz nach 1 ist es gerade. Nehme ich jetzt nochmal zum letzten Mal wirklich. Formel 1 2013 auf. Eine Ära geht zu Ende. Nach nicht mal einem Jahr. Geht die Serie wieder zu Ende. Schade. Aber ich freue mich so richtig auf F1 2014. Aber ich möchte das ja am besten noch mit dem Sieg abschließen. Und nochmal die Konzentration. Die zweite große Änderung ist Dintax ist unruhiger geworden. Definitiv. Definitiv. Als hier in F1 2013. Aber so jetzt allgemein vom Handy her wird es glaube ich nicht wirklich schwerer. Das sagt so mein Bauchgefühl. Kann natürlich auch komplett irrt. Aber eine große Änderung glaube ich wird das nicht. Die Reifen kühlen nämlich jetzt mehr ab. Da kommt eigentlich mein Fassi mit dem Aggressiv-Brenz-Fassi halt mir ein bisschen mehr entgegen. Dann fühle ich mich so umruhigen quasi. Weil dann kommen die Reifen auch nicht auf Temperatur. Aber die kühlen wieder relativ schnell ab. Habe ich alle schon gesehen. Von daher bin ich da gut gelootest. Dass es mit der Reifen-Situation auch besser klappt. Also es ist ein witziges bisschen annähen. An 2013. Das ist jetzt so mein... Äh... Meine Erfahrung die ich jetzt so in ein paar Videos gesehen habe. Und es wird spannend auch im Williams. Um am Anfang in der Korpssaison um Siegeln mitzufahren. Also das wird nicht ohne werden. Weil Williams ist mit Schkack programmiert. Habe ich das Gefühl mit... Äh... Mercedes ganz klar. Mercedes und auch Red Bull. Also leichte Siege werden das auch nicht werden. Und nochmal zwei Zehntel schneller. Ja, gibt es mehr hier. Was gebe ich mir denn hier für die Kugel ey. Funktioniert der Wagen hier so gut. Das wäre noch mal auf Bestseite fahren. Unter 1,12. Ja, 1,11,7. Über drei Sekunden schneller als... Ein gewisser Pastor Malonado. Der das Ort auf die Strecke gehalten hat in Japan. Was mich sehr gewundert hat. Ich habe das Formel 1 Thema jetzt schon ein bisschen vorne weggenommen. Für das Training. Fünf Rollen sind wir gefahren. Ein paar fahren wir noch. Und, äh... Ja, kein Wolkenbruch hier in der Siegeln. Mich freut's sehr. Hier wird zum Beispiel jetzt bei 2014 wahrscheinlich der vordere Linke komplett überhitzt. Das wird aber ja eine Frage des Setups wahrscheinlich sein. Ob das Setup diesmal größere Auswirkungen hat. Aber ich habe schon gesehen, wenn wir mit hin wenig Heckflügel... Die Setups, äh... Sehen stark nach Setups von F1 2013 aus. Aber auch ja so ein Indikator nicht dafür, dass man jetzt nicht viel vom Handling her verändert. Aber abwarten. Gerade Reifentechnisch gesehen. Wenn ein Reifen speziell überhitzt, dann... Könnte das schon für Unterhaltung sorgen. Ah, 17. schneller als Fette. Das ist hier schon eine kleine Welt. Würde ich dann schon mal sagen. Weil die Schrecke ist, wie gesagt, nicht gerade lang. Aber eine schöne Schrecke. Bei den Fahrern auch sehr beliebt. Und das ist eigentlich immer... In meinen Augen... Das wahre... Das wahre, äh... Ende einer Formel 1 Saison. Das große Finale hier. Hier kann alles noch passieren. So dieses Jahr ist es... Weil in 2014 ist es ja dann Abu Dhabi und Brasilien. Ein Rennen davor. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade. Aber die Kurve fahre ich nicht so wirklich gut an. Die fahre ich sehr weit innen an. Versuche da relativ früh raus zu beschleunigen. Ist nicht so ganz die ideale Linie. Sebastian fährt auf der 2, Rostbeck auf der 3 und Button auf der 4. Rostbeck mit Problemen beim Japan Grand Prix gehabt. Das Rennen war hauptsächlich auf Inters. Nur auf Inters. Muss man ja eigentlich fairerweise sagen. Die sind ja wirklich ihre Rennspeed nur... ...auf Inters gefahren. 1, 12, 0. Bist du dir da sicher? Bist du dir da sicher? Also bis jetzt bin ich mit dieser 1, 11, 7 mehr als zufrieden. Hier in der 10. Die Kurve hat es auch postig hinter den Ohren. Gerade der Ausgang. Der Körb gibt mir mal gerne einen Schlag. Hülkenberg auf die 4. Ganz stark vom Sauber. Mal gucken, ob der auch nochmal was reißen kann. Hier Hülkenberg. Und dann werde ich noch ein Fazit zu dem Spiel auch noch abgeben im Rennen. Also wie gesagt eigentlich genug Themen, um ein ganzes Rennen voll zu kriegen. Ich habe hier nur knapp angefangen und wir sind schon bei 1, 10. des Rennens. Wenn man es jetzt so eiskalt sehen würde. Ein mit neuer Zweiter. Ich verbessere mich nochmal ein bisschen. Aber immer noch 7, 10. Vorsprung. So, Runde 8. Oder lasse ich das wirklich mit dem Ziel? Ich glaube, ich lasse es mit dem Ziel. Weil ich glaube, ich brauche das nicht. 1, 11, 6. Alonso, neuer Zweiter, unser alte Rivale. Der da vorne wahrscheinlich gerade fährt. Wie so ein langsamer. Ne, das ist Master. Na gut, können wir außenrum überholen. Schadensmodell habe ich jetzt noch nicht in F1 2014 gesehen. Ich kann mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr da schon was von drüber wisst. Aber ich denke, da hat man auch nicht viel geändert. So, der Max Schilten hier. Geht auch wieder sehr weit raus. Aber es geht alles sehr. Gute Zeiten. 1, 11 im Longmon. Wir fahren mit dem zweiten Alonso, drei, Viertel, vier. Wir fahren an die Box. Ich würde sagen, das war schon das komplette Training. Das reicht mir definitiv. Und da wirklich sehr, sehr schnell zu sein. Poolposition, haben wir eine Chance. Haben wir auf jeden Fall eine Chance. Und die versuche ich natürlich auch, mir irgendwie zu ergattern. Jetzt muss ich mir kurz nochmal die ganzen Themen aufschreiben. Das vergesse ich dir nachher eigentlich wieder, die ich jetzt wieder angesprochen habe. Also wir können nur ein gesamtes Japan-Rennen. Dann noch ein Fazit mit diesem Spiel. Japan-Rennen. Unfall Bianchi besonders. Und auch das komplette Rennen kann man eigentlich auch noch komplett analysieren. Dann haben wir die 11.2013-Analyse, beziehungsweise meine Meinung zum Spiel. Wie das Spiel allgemein war, auch wenn sie relativ spät kommen. Und 11.2014-Analyse. Genug Gesprächsthema, weil ja nicht alle von euch immer das Training mitschauen. Wir schauen kurz auf den Zeitmonitor. Wir, der Einzige mit einer 1.11.664. Theoretisch können wir eine 1.11.540 fahren. Wird man richtig doch recht gehabt. Gerade der zweite Sektor, da hole ich so ein paar Zehnte raus. Sechzehnte Vorsprung auf Louis Hamilton, Alonso Sebastian Vettel. Mal schauen, was am Ende hier wirklich möglich ist. Das Ziel haben wir jetzt nicht gemacht. Die Reifen haben 77% bei 9 gefahrenen Runden. Ja, 9, oder? Wenn er 80 geht, müssen wir 9 aufschreiben. Ja, 9. 9 gefahrenen Runden. Und ins Qualify, indem wir den Motor nochmal wechseln, ja. Und zwar den fünften reintun, weil der noch die richtige Leistung dafür war. Platz 1, gut gemacht. Wir wissen nicht, wie viel Sprit die anderen an Bord hatten, aber das ist auf jeden Fall ein tolles Ergebnis. Jo, sehe ich genauso. Bianchi war auf der 21, nur mal als Randnotiz. So, Offense Qualifyen. Wir werden wahrscheinlich eine Zwei-Stub-Strategie fahren. Wir nehmen, wir fahren eine Zwei-Stub-Strategie. Drei-Stub. Wir fahren eine Zwei-Stub-Strategie. Jetzt ist halt die Frage, wie geben wir es an? Reihen geben wir uns einen... Wir können uns einen Hattensatz eigentlich genehmigen, ja. In dieser Session musst du nicht alles geben. Wir sollten schnell genug sein, wenn wir uns einen Hattensatz befreitieren. So, in die Weichen dann halt nur 30 Runden hier. 30 Runden? Oh, das waren jetzt nur 23%. Mal halten die Harten 25 Runden. Das reicht aber auch nicht. Das reicht auch nicht. Wir müssen drei Stops fahren. Unser Teamkollege fährt raus. Ich fahr auf Fahrt jetzt raus. Also, wir werden zweimal weich fahren am Anfang des Renns. Und dann zweimal haa zum Schluss. Ist jetzt so ein bisschen mein Plan. Ich schwimme ja grundsätzlich. Ich bin immer gegen den Strom. Geschwommen hier. Schöne Boxen ausfahrt. Braucht man auch nochmal schön viel Zeit. Nehme ich auch mal eine Strafe bekommen, weil ich ins Kis rausgefahren bin. Wahrscheinlich wegen sowas. Und dann wütze ich mich nicht, weil die USA war die letzte Erfahrung. So, unser Teamkollege ist das Erste aus der Strecke raus. Okay. Mal schauen, ob wir diese 1.11. Das weiß ich, 1.11.6 nochmal unterbieten können. Mit den harten Reifen. Wird ein bisschen schwer, aber machbar ist es auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ich so ein bisschen auch gegen den Skrumm schwimmen kann in F1 2014. Dass ich auch wieder einen Stopp mehr machen kann und mit dem Strichwort doch der schnellere bin. Jetzt gibt es doch natürlich auch einen Schwierigkeitsgrad hat man auch eingebaut. Den ist ja einfach, den ich natürlich nicht anrühren würde. Aber wir fahren eh auf Legende. Wenn das Spiel das jetzt nicht so will, dann stimmt was mit dem Spiel nicht. Weil man macht das ja am Anfang. Na ja, ich glaube, was das ist. Komplett rausgefallen. Und eine Abstimmung, mit welchem Team ich schaden soll, gibt es dann auch noch. So, dann haben wir den Pick mal kurz aus der überholt. Da fällt noch jemand aus der Box. Der wird sich jetzt gleich verabschieden. Der Schilten. 17.6. Der Torosu dürfte sich auch mal bitte gleich verabschieden. Ach, Guido, jetzt gehst du mir hier aber gut im Weg. So ein bisschen Kerstopfern. Als erstes habe ich jetzt nicht gesehen in F1 2014. Es wird noch eingebaut oder was? Und das gibt es einfach nicht. Also ich habe es jetzt nicht gesehen. Was ich dann sehr, sehr schade finde. Die Strecke ist natürlich jetzt sehr kurz. Deswegen müssen wir jetzt durchs Feld arbeiten. Und deswegen auch noch ein paar an der Box. Der Meisterektor wird zum Beispiel komplett freie Bahn. Besucht hier 1.13.1. Nur mit 1.11.8 sollte ich weiter sein. Die Westa ohne Verkehr. Der ist nämlich noch weit vor mir. Malunado auf der... Malunado ist noch eine ganz schnelle Runde gefahren, der vor mir ist. Okay. Pick auf der 3. Der war der zweite vorhin, den wir überholt haben. Noch genau. Obst grad uns ziehe sogar noch. Also wir hätten durchaus schneller fahren können. Vielleicht können wir uns sogar mit hart qualifizieren. Was wir zweifeln. Dann könnten wir sogar weich, weich, weich. Aber das halte ich für ein bisschen sehr mutig. Und dann noch einmal hart fahren. Ich glaube, die KI fährt hier zwei Stops. Weich, weich, hart. Oder weich, hart, hart. Eins von beiden. Aber wir haben hier sehr gute Chancen. Das nochmal schön abzuschießen. Ich fahre auf Waka genauso schnell wie der Pastor Malunado vor mir. Eigentlich sogar noch Stein und ich habe harte Reifen drauf. Das ist mit Kehrskehren noch hinterher, ja. So, Malunado, der wird abbiegen. So durfte man eigentlich nicht letztes Jahr durch die Boxengasse reinfahren. Man muss es eigentlich nicht ankündigen, wie man durch die beiden Linien fährt. Das wird einige vielleicht sagen, du darfst die weiße Linie am Eingang der Boxengasse auch nicht überfahren. Das stimmt so nicht. Das darf man. Man darf sie nur nicht am Ausgang. Ja, das Reglement in der Formel 1 schon ein bisschen verstrickt. Ein bisschen nicht durchschaubar. Ein bisschen schwierig zu verstehen, teilweise auch. Aber so ist das nochmal in einer Königsklasse. Dritter. Gut, ich hatte ja noch Verkehr. Ich muss ja noch überholen. Vor allen Dingen, die Mitte der Gito hat mir auf jeden Fall Zeit gekostet. So ist es nicht. 46, 5, obwohl der Sektor war gut. Der letzte Schlusssektor mit 17, 6, nur der war nicht gut. Und der erste. Okay. Der zweite war akzeptabel, obwohl wir da überholen mussten. Obwohl, im ersten Sektor mussten wir auch überholen. Da war das noch mit dem Pik. Genau. Und im Schlusssektor, was war da? Gar nichts. Wahrscheinlich schlecht aus der letzten Kurve rausgekommen, weil man nimmt den kompletten Schwung ja mit. Und das war wohl nicht ganz optimal. Aber optimal ist auf jeden Fall, dass wir weitergekommen sind. Und Jules Bianchi auf der 20, den erwähne ich jetzt immer wieder. Jo Eric werden auf der 17, 18 und die drei üblichen Verdächtigen. Aber es ist eigentlich nicht lustig. Nein, es ist echt nicht lustig. So, jetzt ist aber hier keine Zeit mehr verhalten Reifen. Jetzt müssen die Weichen drauf. Ohne Probleme. Ich werde versuchen, 1-1 in Q3 zu fahren. Das muss so sein. Einlass funktioniert die Strategie einfach nicht. Los geht's. Weil ich wahrscheinlich auch wieder im Q in, äh, ne, in der Falle 2014 wie Absprüche machen müsste ich im Qualifying. Aber ich sehe schon die ersten Parts mit richtig viel Training, um mich an die Steuerung zu gewinnen. Das wird nicht ohne. Und den Mercedes wird wahrscheinlich auch nicht überholen können mehr. So, den Reibensatz brauchen wir im Rennen nicht. Ich weiß, wir können den schon runterfahren. So, ich soll jetzt mal in Q3 kommen. Was unser Ziel im Qualifying ist, habe ich jetzt leider nicht gesehen. 2 DS-Zonen hier auf Skad und Steel ganz am Ende. Und hier auf der ganz kurzen, kleinen Gegengerade. Das war nicht wirklich eine Gegengerade. Das ist ja keine Gerade, aber man kann es als Gegengerade ruhig bezeichnen. Und zwar Ende der 1. Sektor. Dann kommen wir wirklich in diesen Schneckenteil. 2. Sektor. Eine einfache Fahrerstrecke. Aber in der man auch schon noch viel Federn lassen kann. Die Schrecke hat Tradition. Definitiv. Und deswegen, ich verhase auch gerne. 71 Runden werden uns jetzt nicht so Ewigkeiten vorkommen werden. Weil in Monaco fährt man ja 78 Runden. Da habe ich jetzt schon Schwung liegen lassen. 70% benutzt man hier hoch. Das Bergstück können die 30 anderen Prozents auf der ersten langen Geraden kommen. Auf der Gegengeraden. Von Kers. Und ich habe da links wieder jemand aus der Boxkasse rausfahren sehen. Und das wird heikel. Das ist der Red Bull. Da gibt man ein bisschen Windschalten der Werber. Und das war es dann aber auch. Bisschen zu spät gebremst. Würde ich jetzt gleich mal vermuten. Da können wir richtig im Weg jetzt gehen. Der Grosjean. Ja, weil hier der Winkel jetzt nicht stimmt. Also im zweiten Sektor wird nicht das Optimum. Aber der Rossbeck, der fällt noch nicht weg. Hier bleibt sehr gerne das Wort der Rechte Ratsch gehen. Weil ich noch ein bisschen Bremse in die Kurve rein. Jetzt fehlt uns hier ein bisschen Motorpower vielleicht hoch. Das könnte diese eine zehnte sein. Aber die KI hat wahrscheinlich auch keinen frischen Motor mehr. 53, 8. 1, 11. Was hat der Rossbeck? 1, 10. 1, 11, 5. 1, 11, 6. Also ist der Weiche hier nicht wirklich schneller als der harte Reifen. Fette langsamer hinter uns. War der auch im Verkehr. Erster Sektor war ich schneller. Jetzt in der Edition. Auf meiner Seite war ich der 2, 10. langsamer. Aber das war jetzt schrecklich sehr eng. Hat man jetzt zum Beispiel gesehen. Zum Ausweichen. Nicht gerade gut geeignet. Jetzt kriegen wir die Kurve dafür besser. Das sind eigentlich 2, 10. Die wir wieder gewinnen. Suti bummt dann auf der 4. Der bis jetzt nur einen Punkt geholt hat. Vielleicht holt der nochmal zum Abschluss noch mal gute Punkte. Wer war, werden wir das letzte Mal hier sehen. Die beiden Runden an die Box. Ein bisschen schneller. Hemmenden auf der 1 jetzt. 1, 11, 3. Das ist ein 3, 10. Aber ich breche die Runde ab. Die paar Tausende, die ich da im zweiten Sektor schneller war, beende ich. Also eine 1, 11, 4. Ist auf jeden Fall möglich. Und diese 1, 11, 3. Sollte auch möglich sein. Wir sind nun im Min. 4. Aber wir sind vor Reikönen. Der Indikator eigentlich immer um. in das Öko 3 zu kommen. Das wird sich in komplett F1 oder das wird zu nennen. Und so wirklich komplett. Aber wie gesagt, ich freue mich drauf. Und so wie auf der Mühle auf das Rennen. Auf das richtige Abschlussrennen kann man ja sagen. Das letzte Qualifying auch. Da wird noch mal knapp durchgereicht. der 8, 11, 10, 6. Also da ist noch mal ein ganzes Ziel. Auf einmal erfahren. Aber ich komme jetzt in Sachen Training. Nicht überhaupt nicht geigern. Muss ich aber auch noch dazu sagen. Na, 13. Nur haben wir nicht draußen. Und wieder der Mitte Teil und der Schlussteil. Ausgeschieden sind Nico. Und Romain Grosjean. Unser Teamkollege so dies das letzte Mal auf der 13. Esteban Guterres auf der 14. Pass mal noch auf der 15. Und deine Reiköle auf der 16. Der wird in 2014 aber weiter vorne gehen. Viertel auf der 1. Momentan. Los geht's. Q3. Was ist möglich? Wir werden nur einen Reifensatz einsetzen. Wir werden eine sehr, sehr aggressive Strategie fahren. Und, äh. Bei 3 gefallenen Runden haben die Reifen 89%. Was sind 10%? Sprich, man könnte schon 30 Runden mit denen fahren. Das stimmt dann ungefähr doch schon. Ich sage mal, ein Dritte gehen nicht mit den Reifen. Das wird sich dann auch einfach rechnen. Das sind dann 20 Runden maximal. Die über auf der Weichen fahren können. Aber wir werden wahrscheinlich nur 15 oder 16 damit fahren. So. Sind's alle draußen? Na, wir müssen hier sehr, sehr früh rausfahren. So. Weil, ähm. Sonst haben wir ein Problem. Dann kommt der erste schon wieder von hinten. Im Moment ist auf der Strecke nicht viel los. Fahr raus, solange es so ruhig ist. Also jetzt. Ist natürlich auch mager die erste Runde. Die KI wieder schön hintereinander umfahren. Und wir kriegen quasi unseren letzten Schuss. 1, 10, 6. Ich glaube, das werde ich nicht fahren. Das Reifenaufwand wird auch ein großes Thema dann sein. In Core Define. Da muss man ein bisschen aggressiver dann nochmal fahren. Oh, die Reifen langsam auf Temperatur kriegen. Weil hier geht es ja richtig schnell auf Temperatur. Gerade die Hinterräder werden dann das große Problem in der F1 2014 sein. So. So. Fünfte der Besser sollen wir werden. Okay. Das ist eine Ausnummer. Die nicht so ganz einfach ist. Ja, sehr weit raus. Das geht aber noch. Ich muss mal keinen Schwung verloren. So. Los geht's. Schöner Querscheher. Der auf jeden Fall Zeit gekostet hat. Ja, aber ein bisschen zu spät gebremst. Also ich kriege das Optimum nicht aus diesem weichen Reifensatz hier raus. Rosberg auf der 1 mit. Hamilton als erster. Mercedes Doppelpol. Paris auf der 3. 1, 11, 3. Wieder mal nur. Die Zeit scheine ich wirklich fahren zu können. Vielleicht hänge ich noch eine Runde dran. Alonso 1, 11, 3. 1, 4. Kürzester Weg. Zweiter. Im Moment bist du zweiter. Im Moment wird es reichen. Für das Ziel. Auf die tausendste. Genau. Das kriegt auch nicht jeder hin. Hier können wir uns wirklich erlauben, zwei Runden zu fahren. Zweite ist meistens immer die schnellere. Sehr enge Linie hier. Besser. Querskerr dafür beim Rausbesteunigen. Hammond noch mal einen Tick schneller. Nur noch vierter. So, irgendwie möglich bin ich jetzt gefahren. Erster. Oh, oh, oh. Sechstausendste. 1, 11, 2, 0, 7. Gegen Alonso 1, 11, 2, 1. Was für ein Finale hier im Qualifying. Boah, sechstausendste. Da reden wir von Zentimetern. 1, 11, 2. Jeder hat aber zwei Runden gedreht. Wuhu. Und da kommt noch mal ein Hammond und ein Fetzel in der dritten Runde oder von Rostberg. Aber sechstausendste, das ist schon echt... Das sieht keiner mehr mit dem Auge. Das sieht... Man muss ja ein Adlerauge für... Aber zum Glück mit sowas alles nur noch gemessen. 1, 11, 2, 0, 7. Habe ich nicht mit gerechnet, aber ich bin mit... In die engste Linie bin ich da gefahren. Also da hat nicht viel gefehlt. Da wäre ja auch links in der Wand gelandet. Hat ja JZ mal geschafft in der Liga. Jetzt schalte ich es selber, damit mir der Sprit reicht. Alle in der Box. Alle in der Box. 1, 11, 2, 0, 7. Wenn ich jetzt natürlich vorsimulierter fahren soll, 1, 10, 6. Definitiv. Das weiß ich jetzt schon. Dann werden sie noch mal eine raushauen. Dann werden sie noch mal 6 Zehntel finden. Die werde ich definitiv nicht mehr finden. 1, 10, 6 ist schon stark. Eigentlich bin ich damals eine 1, 9 gefahren. Eine 1, 9, 5. Stimmt. Das sind 2 Sekunden. Die davor sehen, der dann langsamer ist. 6.000. vor Alonso. 6.000. vor Alonso. 6.000. Der eine, eine Zehnte trennen die ersten 4. So, kommt, haut einen raus. Danke. 1, 10, 7. Ja, das ist Sechster. Am Ende. Knapp hinter den Erwartungen. Du stehst morgen auf Platz 6. Aber ich würde sagen, da ist noch was möglich. Okay, das ist keine halbe Sekunde. Und, äh, ja. Wenn wir eins noch mehr machen, müssen wir auch die Zeit irgendwo finden. Also, Sebastian Vettel auf der Pole Position von Nico Rausbrunke, Fernando Alonso. Los haben wir mitten auf der 4 und Marc Werber auf der 5. Die sind dann doch nochmal alle schneller gefahren, wo ich die Zeit vorsimuliert habe. Ich am Ende auf der 6. Aus 17. Vorsprung wurden wir 15. Rücksprung, wie immer eigentlich. Na gut, 1, 11, 2 im Vergleich zu 1, 11, 8. Im Training ist keine Scheigerung, ne. Dann bin ich ja quasi schon am Limit gefahren. Kimi Raikkonen auf der 7, Master auf der 8. Und beide McLaren ist jetzt auf 9 und 10 Button. Aber diesmal vor Paris. Ein Part von Formel 1 2013 erwartet euch noch. Der kommt am Freitag. Werde 5. der Beste haben wir verfehlt. Schade, keine Pole Position. Aber was soll's. Wir sehen uns zum Grand Finale. Von diesem schönen Let's Play. Beim nächsten Mal. Und ich sage Tschau Tschau.